Hallo, hier ist die eigentliche Pia Toasty. Ich habe meine Kahn Pia Toasty an Melly geschenkt, weil sie mir eine Nerdy gegeben hat. Und ich habe jetzt nur noch den Kahn Weihnachtstoast. Und nicht denken, dass ich hack oder so wegen den vielen alten Sachen, den habe ich mir von Pia Toasty rüber geschenkt. Und niemand kriegt nur eine Nerdy. Und ich mache jetzt ein Video, weil mir Melly ganz viele Spezies gibt, weil ich ihr Pia Toasty gegeben habe. Sorry, wenn ich schnell rede. Weil sonst denken alle, dass ich hack und das will ich nicht. Okay, dann fangen wir mal an. Ja, warte. Und ich mache hier auch ein bisschen, weil dann denken die, dass ich Pia Toasty gehackt habe. Was ja nicht stimmt, aber ich skype ja gerade mit Pia. Und ja. Hast du das Bild bekommen, was ich dir geschickt habe? Ja, muss ich mir eben angucken. Das ist voll fehlhaft. Das war bei mir auch. Bei so einer Lisa. Und dann könnt ihr auch gleich gucken, wie ich mir Boni ein Hündchen hole und ein... Also als Info, ich habe mir die Dings nicht gehackt, die Diamonds. Ich habe sie mir gehackt, mit dem Geld. Ähm, ja, ich hatte mir, äh... Ich hole mir jetzt ein Haustier. Ich hole mir jetzt ein Hündchen und ihr dürft gleich dabei sein. Und ich bin gleich Level 4. Ein Hündchen, noch ein Spezzi von Melli. Und jetzt bin ich Level 4, glaube ich. Oh ja, bin ich. Ups. Ich hole mir jetzt ein kleines Swimschirm. Kaufein. Finde es in deinem Raum. Soll ich mir noch ein Kätzchen holen? Oh, ich habe gerade keine... Nicht wundern, wenn ihr gerade vielleicht meine Mutter gerät. Was? Iiiiih, du hast mir doch gerade ein H-Spitz gegeben, ne? Ja. Und gerade war ich Level 4 und jetzt bin ich wieder Level 3. Iiiiih. Logik. Okay. Ihr habt ein MSP-Fail-Life miterlebt. Wenn ich öffne... Ich mache mal kurz H-Spit zu. Oh, jetzt fangen die mich alle an. Oh, das ist Nina. Nina. Ich mag Nina. Ja, es ist Nina. Eine Freundin, die ist voll hübsch. Ich bin voll leidisch auf die, weil die so hübsch ist. Darf ich Pia Tosti nochmal einen Späzen geben? Ja. Aber mir an auch wieder. Ja. Weil ich bin gleich Level 4. Und jetzt das knuffige Tierchen öffnen. Und es ist... Oh, wie süß das sieht aus wie Ricardo. Ach, wie süß. Das ist ja mal knuffig. Das sieht voll aus wie Ricardo. Oh, wie knuffig. Äh, voll failhaft. Ich hab mir... Ich hab bei Pia Tosti ein Spezi gegeben, aber ich bekomme nichts. Kann sein, dass du kurz vloggen musst. Okay, mache ich jetzt auch. Ach, ich muss das Passwort immer noch enthalten. Ein Haustier. Prokstufe. 100 Dingses. 100 Dingses, ja. Besitze 2 Haustier oder Bonis. Hast du dir so ein Kätzchen geholt? Nein, ein Hühnchen. Oh, wie süß, das legt sich hin. Vor allem das, ne. Oh, wie knuffig. Oh, das ist ja mal süß. Gleich ein Foto machen. Aber Melly muss da weg. Nein, Melly muss da weg. Ja, ist so. Sonst werde man das sehen. Und dann gleich posten. Ich muss ein Foto machen. Oh, wie süß, das hüpft rum. Ich muss ein Foto machen, wenn sich das hinlegt. Pia, es hüpft rum. Es hüpft, ja. Oh, los, leg dich hin, du Knuffel. Habt ihr noch ein Spezi bekommen? Das ist so knuffig. Hast du mein Spezi bekommen? Ih, lol. Das ist ja mal lustig. Ja, hab ich. Oh, das ist so süß. Ich mag das. I, lol, da kann man die nochmal richtig... Oh, ich bin Level 4. Ich bin jetzt ein Amateur. Zehn Level an. Name, Name, Name. Riccardo. Ich nehm Riccardo. Riccardo. Mein Ricci. Oh, wie süß. Das ist ja mal Knuffi. Oh, das ist so niedlich. Vor allem das. Ich putze das jetzt. Das ist so knuffig. Wie nennst du's? Riccardo. Das heißt Riccardo. Oh, ich spiel jetzt mit dem. Leuch, komm gleich, Reverb. Dann wächst es. Das ist ja lustig. Das geht besser als bei dem anderen. Das geht viel besser als bei dem anderen. Und es ist besser beim Loven. Dann ist da, wenn man da auf dem so mit der Maus drüber fährt, ist da so ein Herzchen. Oh, das ist toll. Ich mag das. Ich glaub, jetzt ist es Level 1. Ja, es ist Level 1. Oh, das ist so süß. Guck mal, es ist gewachsen, glaub ich. Oh, ich mag das voll. Das ist so niedlich. Jetzt ist es Level 2. Oh, das ist so ein Knuffel. Spezielle Grüße von Prinz Scary. Kann ich, ähm, 4.2 noch eins gehen, weil da bin ich fast Level 1. Okay, dann wirst du aber Level 15. Das ist unfair. Ja. Schalte den ersten Trick auf, auf Level 6. Okay, es geht erst auf Level 6. Was ist so süß? Ich mag das voll. Das heißt Riccardo. Das ist mein kleiner Riccardo. Hm, das ist so niedlich. Ich geb dem jetzt was zu essen. Eine Orange. Macht man das? Muss man das einfach antippen? Wann essen wir das selber ab? Oh, das ist so niedlich. Kann man das streicheln? Das ist so süß. Oh, fäng dich wieder hin. Oh, das ist so niedlich. Oh, ich mag das so. Okay, gleich mal posten. Oh, das ist so niedlich. Ich kann noch 10 Minuten auf. Ich kann, ähm, noch, 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 noch 8 Minuten oder so. Mach kurz Pause. Ich mach auch kurz Pause. Oh, okay. Wieder doch. Ich hab kurze Pause gemacht. Ich weiß auch, wie man, wenn man Nerdy verliert, wie man die wieder bekommt. Cool, wie? Achso, ja, ich weiß es auch. Ich bin jetzt schlau. Oh, die sind so süß. Ich liebe die voll. Guck mal, ist das nicht niedlich? Wir stylen jetzt meinen Raum auf. Ich kauf mir gleich eine Animation. Okay, es hängt. Ich mach's doch nicht. Ich kauf mir jetzt eine Animation. Oder soll ich mir ein Boonie? Nein, ich hole mir keinen Boonie. Animation. Wie viele Diamonds hast du noch? Warte, ich muss mich re-loben. Okay, Animation kaufen. Ich guck kurz, ob ich eine Frage hab. Was? Keine Frage. Okay, Animation kaufen. Oh, da bin ich wieder. Wir kaufen eine Love-Animation. Und diese Rindy-Wizard-Animation. Mein Traumlevel ist auf dem Account Level 10. Ich hab Windows 8. Ich auch guck. Ich hab Windows 8.1. Ich auch. Ich find das neue Windows 8 voll scheiße. Noch 5 Minuten, beeil dich. Ja, ja. Das hängt voll. Oder warte, wir kaufen erst mal eine neue Hautfarbe. Das ist wichtiger. Weil ich hasse diese Hautfarbe. Die ist viel zu hell. Dann sieht man die Nerdy gar nicht richtig. Okay, dann eine neue Hautfarbe. Ach du mit deiner Nerdy. Also echt. Ja. Ich habe schon über 2000 Diamonds ausgegeben. Oh, lol. Boah, lol. Ich bin fast level up. Ich hab schon bis zur Hälfte. Lol. Aber die hättest du nicht noch eine Spitzel geben. Ja, ich muss erst mal Piersel die geben. Die hab ich noch erst mal keinen gegeben, weil ich die nicht gefunden hab. Die Haufe. Okay. Okay, das ist ein bisschen zu braun. Nimm noch die, die ich hab. Welche ist das denn? Warte. Oh, die ist viel zu braun. Das sieht komisch aus. Die andere war zu hell. Die ist zu braun. Ist das... Ist das die? Ich bin mir nicht sicher. Das ist die! Oder? Viel zu rasch. Ich kaufe die jetzt einfach. Ich kaufe danach aber keine neue. Hä? Egal, ich lasse das jetzt so. Auf jeden Fall ist sie anders als die andere. Glaube ich zumindest. Ja, habe ich 300... Es zählen wir uns ausgegeben. Egal. Gib mir noch einen speziellen Gruß. Gleich zu YouTube. Ich höre jetzt auf mit Aufnehmen und bei bis zum nächsten Mal. Okay, gib mir noch einen speziellen. Ja, mach doch jetzt Fanboost an. Dann kannst du... Nein, ich muss doch erst mal das Video speichern. Okay. Ich höre jetzt auch aufzunehmen. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bye. Bis noch mal. Ja, graien. Bis dann. Titanium. Vielen Dank.